Allein, 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 allein! Dann beschimpfen sie uns, die ehemalige Verfolgte des Naziregimes, die werden dann bezüchtigt, sie sind Antisemitisch. Der Erich Fried, es gibt ein Gedicht, das nennt sich Die Zeit der Verleumder. Damals hat er geahnt, dass in der Richtung was geschehen kann, wie es die Antideutschen heute vollziehen oder vollstrecken, kann man kurz sagen. Das ist das, was Esther Pijarano und Moshe Zuckermann heute bedrohen. Das ist das, wogegen wir uns zur Wehe setzen müssen. Das ist das, wogegen wir uns zur Wehe setzen müssen. Das ist das, wogegen wir uns zur Wehe setzen müssen.